Julian Bam hat für einen Jungen namens Alessio ein Video gemacht, wo er ihn zu einem persönlichen Treffen einlädt. Wieso das Ganze, erfahrt ihr nach dem Intro. Alessio und seine Mutter Patricia sind, soweit ich das richtig verstanden habe, keine prominenten Personen. Patricia bekam Ende 2014 die Diagnose, dass sie Brustkrebs hat. Sie kämpft seit zwei Jahren um ihr Leben und gegen den Krebs. Sie sagt in einem Interview der Bild, man sagt ja, man würde für sein Kind sterben, aber ich gebe alles, um nicht zu sterben, für mein Kind. Auf Facebook berichtet Patricia über ihre Krankheit. Ihr Sohn Alessio hat den Wunsch, Julian Bam zu treffen. Mit der Unterstützung ihrer Facebook-Follower und einer Nachricht an das Management von Julian Bam ist dies möglich geworden. Julian Bam hat ein Video für Alessio gemacht, in dem er ihn für seine Stärken in dieser schwierigen Situation lobt und ihn zu einem persönlichen Treffen beim Webvideopreis einlädt. Seine Mutter schrieb auf Facebook dazu, es fühlt sich an wie eine Wiedergutmachung an meinen Sohn für all das, was er mitmachen musste und immer noch mitmachen muss. Wir sind unendlich dankbar. Ich finde das wirklich eine richtig tolle Aktion von Julian Bam. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um keine YouTube-News mehr zu verpassen. Das ist so schön, dass wir uns ja mitmachen müssen. Also, wir sollten uns հ